Hier meldet sich noch einmal die aktuelle Kamera mit Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Untertitelung des ZDF, 2020 Mit Erich Honecker bekundeten ihr Beileid die Mitglieder des Politbüros des ZK der SED, Armeigeneral Heinz Hoffmann, Armeigeneral Erich Mielke, Egon Krenz, Joachim Herrmann und Werner Krolikowski, sowie Armeigeneral Friedrich Dickel. Untertitelung des ZDF, 2020 Zum Wetter. Nachts Bewölkungsrückgang, Temperaturen um 0 Grad, stellenweise Glättebildung. Am Tage wolkig, Teilzeiter, Temperaturen um 3 Grad. Soweit die Meldungen, meine Damen und Herren. Nächste Nachrichten um 9 Uhr 25.